So, moin zusammen, der Gregor ist wieder hier und wir sind wieder in Italien und ist mit langsamer Zeit, habe ich mir gedacht, ich habe jetzt in den letzten Tagen hier ein bisschen ordentlich gespielt, ich habe jetzt mal gedacht, ich mache jetzt langsam mal ein Video für diejenigen, die noch nicht da sind, die vielleicht erst mal später hier hinkommen wollen, über ein paar Spots, die man hier so finden kann und wo man was angeln kann. Ich habe mich da mit den Kollegen hier, die schon spielen, hier sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich grüße jetzt mal ganz blöd, ganz kurz erstmal unten den Jay Jaster, der ist da auch schon drin, ich habe jetzt gerade was gekauft, deswegen sind die ganzen Namen alle weg, den Jay Jaster, die Himbeere, den Wolf 82, Olli 69, wen habe ich jetzt noch da gerade gehabt, Schleimkleister, ich habe sie alle wieder vergessen. Ihr wisst aber, wer hier schon alles angelt in Italien, seid gegrüßt erstmal und erstmal ganz wichtiges, ganz großes Dankeschön an diejenigen, die mir diese Spots hier verraten haben. Das hat mir sehr geholfen hier bisher, ich bin jetzt mittlerweile Level 24, etwas über 1,5 und wir werden jetzt erstmal den ersten Angelspot aufsuchen, den ich hier habe. Ihr bekommt hier ab und zu, was heißt ab und zu, ihr bekommt ganz normal die Daily Quests hier und wenn ihr eine Quest bekommt, beispielsweise wo es darum geht, dass ihr, was weiß ich, 15 Kilo Barbe oder Südbarbe oder etwas ähnliches holen sollt, dann braucht ihr vom Spawnpunkt gar nicht weit weg gehen. Das machen wir nämlich jetzt gerade hier. Ich stelle mich stumpf hier an den ersten Angelplatz. Ich kann es auch vom Spawn machen, das ist auch nicht das Thema, aber ich habe festgestellt, dass es hier viel besser ist. Barben und Südbarben, die beißen in der Regel fallen nachts, das heißt also jetzt 18.18 Uhr wäre ganz langsam die Zeit, wo die Fische zu fangen sind. Tagsüber läuft hier auf Barbe so gut wie gar nichts. Wir nehmen dazu, erstmal mache ich mir ganz normal Lucky Fishing rein. Das Vorfach haue ich jetzt nur rein, damit ich diese Dinge auch langsamer los werde, weil die verbrauchen sicher, die nutzen sich ja ab und sind dann irgendwann weg. Ich könnte es auch wegschmeißen, aber das ist sinnfrei für mich. So, ich nehme hier einen Zweierhaken, und gehe hier ganz einfach auf Silikonbohm. Ups, da war ich ein bisschen zu schnell. Eine Tasse zu viel gedrückt, auch hier setzt man dann Lucky Fishing mit ein. Auch hier setzen wir mal spaßeshalber braunen Silikon rein. Und die dritte Karpfenrute, die dritte Karpfenrute, ja doch Karpfenrute, die nehmen wir mal ein bisschen klein, dann machen wir einen Einser draus. Und da setzen wir den normalen Wurm mit ein. Und die hauen wir jetzt ganz einfach stumpf hier ab ins Wasser. Es kann jetzt natürlich sein, dass jetzt noch ein bisschen wenig Bissrate sein wird, weil es jetzt noch Tag ist. Generell, wenn hier kleinere Fische, wie eben diese Barbe, Südbarbe, Königsbarsch oder Zackenbarsch, wie es bei den anderen heißt, die können hier beißen. Was hier an dieser Stelle weniger beißen wird, also Südbarbe beißt hier, die Barbe beißt hier, die Weißbauchflunder weniger hier, das ist am offenen Meer, die Pazifische Kabel hier auch ebenfalls, Zander ebenfalls wenig hier, Meeresche kann kommen, Wels habe ich hier noch nicht gehabt, Karausche kann kommen, Wildkarpfen kann hier kommen, Barsch kann, obwohl der eher noch auf Spinnenrute läuft, Aal habe ich hier noch nicht gehabt, etwas weiter hinten bei der Brücke, da können wir den angeln. Welsbarsch ist wiederum am Meer, genau die Großkopfmeeresche, Rapfen habe ich noch gar nicht bewusst bekommen, Weißer Thun mit nur einem kleinen Symbol hier, ist ein seltener Fisch, der kommt hier gar nicht vor, sondern auch wieder hinten an der Meeresmündung hier, die dicklippige Meeresche, genauso Königsbarsch kann hier ab und zu mal vorkommen, habe ich hier schon ein paar Mal gefangen. Ihr seht es, es gibt keine Köderfische, also keine Fische, die, also Krebsschwänze, Muscheln und so Zeug, das ist hier in diesem See nicht drin. Soll bedeuten, wenn ihr also jetzt, was weiß ich, Blutegel braucht oder Muscheln braucht oder etwas ähnliches, dann müsst ihr leider Gottes an ein anderes Gewässer gehen. So, welche ist das? Das sind die zwei, glaube ich. Dann geht es schnell los mit Silikonwurm, dem braunen. Ausrüstung bei mir, 30er Route und 30er Rolle, zumindest was die Route 2 und 3 betrifft, glaube ich. Die erste Route müsste ich gleich mal nachgucken, aber ich meine, dass das noch die 23er ist. Ich habe mein bisheriges Equipment so ein bisschen aufgepimpt und dahingehend, dass ich auf der Spinnroute mir jetzt endlich mal eine 30er Rolle, also 29er Rolle, das ist es ja genau zusammen, geholt habe, damit ich ein bisschen mehr oder ein bisschen größere Fische, die auf der Spinnroute arbeiten, auch rausholen kann. Ich hatte gerade vor 10 Minuten, Viertelstunde ein 32 Kilo Wels rausgezogen. Das ging relativ gut, 12 Minuten Drill ungefähr. Das machen wir dann vielleicht nachher noch, dass ich euch das dann zeige, wo da was zu angeln ist. Da haben wir schon mal, was haben wir da? Ein Wildkarp, 9 Kilo, ihr seht das relativ gut. Was jetzt neu dazugekommen ist, gerade heute, gerade vor einer halben Stunde erst, Rating. Ich bin mir noch nicht so 100% sicher, was das eigentlich sein soll. Ich weiß, was es ist, nur ich weiß den Hintergedanken, den Wolf hat, nicht so richtig. Es ist quasi eine Bestenliste. Jeder Fisch, den ihr bekommt, bekommt ein diverses Rating, obwohl nicht jeder Fisch, ich glaube die Grauen, die bekommen dann nichts. Und man kann dieses Rating auch im Handy einsehen, geht ganz einfach auf Rekorder und dann jetzt habt ihr hier oben den Button Rating. Ihr werdet sehen, ich bin auf der Liste 300. Andere Spieler haben hier schon 2000, 3000 Punkte. Ich habe gerade mal 747. Diese Liste hat nichts zu sagen derzeit. Es kann sein, dass Wolf, ich war jetzt gerade auf einem anderen Thread, da noch irgendwie eine Art Trophäe, ein Reward, also eine Belohnung für Einführung wird. Das habt ihr jetzt in diesem Update 21. Er hat einige Models und Texturen von den verschiedenen Routen und Rollen geändert. Er hat einige Modelle von einigen Fischen geändert, Fehlerkorrekturen gemacht. Dann als Viertes, add a monthly rating to the game in Testing Mode. Also er hat eine monatliche Rangliste im Testmodus. Das ist wirklich nur Testmodus. A rating is awarded for each type of fish caught. Das heißt also, ein rating, also eine Bewertung ist für jeden gefangenen Fisch angezeigt. Das habt ihr ja gerade gesehen. The larger the fish of the species, the more rating you get. Also je größer der Fisch dieser Art ist, desto mehr Bewertung, also Wertung bekommt ihr. For non-Trophy fish you can get from 0 to 500 rating points, from 0 to 2 stars. Für nicht-Trophy Fische, also grau, grün, blau, bekommt ihr von 0 bis 500 rating points, also von 0 bis 2 Sterne. Für Trophy Fische von 500 bis 1.000 rating points, also für Trophy Fische von 500 bis 1.000 Bewertungspunkte für den dritten Stern. Ich mache das erstmal die Rute hier. Entschuldigung bitte. Deswegen wechseln wir ganz kurz, wir gehen den Rest mal gleich durch. Was das wirklich für einen Sinn hat, ist mir noch nicht geläufig. Da bin ich noch nicht nirgekommen. Wie gesagt, das ist gerade eine halbe Stunde erst her. Ich habe es im Chat mal ganz kurz erwähnt, es könnte so eine Art Monats-Tour hier sein. So 333 für eine grüne Südbarbe. Upsa. Und ihr seht, es sind alle drei Routen, sind jetzt am Laufen. Es ist langsam dunkel. Wildcarf und Südbarbe, wie werden die Barbe hier haben? Wie gesagt, Königsbarsch oder Zackenbarsch. Die kommen hier davor. Wenn ich also dann irgendwo mal eine Ready Daily, die wird auch in der knappen 20 Minuten mal reset werden. Eine Karausche geht auch mit einem Silikonwurm. Zweier Haken. So, dann nehmen wir den auch nochmal ran. Ich zeige euch diesen Spot hier nur ganz kurz, weil es gibt ein paar Spots mehr. Und ich will versuchen, die alle mal so ein bisschen hier zu zeigen. Also ich nehme jetzt auch die Routen rein. Deswegen machen wir hier nicht großartig weiter. Wie gesagt, wenn es ums Karauschen geht, Barbe, Südbarbe. Das ist mein Spot hier. Und wie gesagt, nachts. Also 18, 19 Uhr. Ihr seht es ja oben, 19, 54. Da waren jetzt gerade diese Fänge. Deswegen, tagsüber kann man es natürlich auch versuchen. Es wird auch tagsüber hier ein bisschen was rangehen. Nur halt nicht besonders viel. Gerade wenn ihr die Daily macht für Barbe oder so ein Zeug. Das solltet ihr dann nach Möglichkeit nachts machen. Einen reinen Nachtspot versuche ich euch jetzt gleich zu zeigen. Der ist mir gerade eben von Wolf 82 und von Olli 69 genannt worden. Oder Olli 64. Ich bin es gerade nicht ganz sicher. Und zwar nehmen wir dafür dieses Boot. Das ist zwar kein Schlauchboot, wie es da drin steht. Aber... Na komm. Dieses schöne Boot hat ja diese Routenhalter. Fünf Stück. Wir können zwar nur drei Routen benutzen gleichzeitig, aber trotzdem können wir das sehr gut gebrauchen. Hier vorne seht ihr die Brücke. Und wenn ihr den linken Pfeiler anpeilt, dann habe ich jetzt über den Bug gesteben da. Da fahre ich jetzt direkt drauf zu. Da hinter uns, da haben wir gerade gestanden. Man könnte auch hier angeln. Das ist also auch nicht das Thema. Ich habe auch schon versucht, hier mit Posen Angel zu arbeiten. Wirklich so auf die kleinen Fische, die hoffentlich dann doch da sind. Die sind nicht da. Also die Matchrouten könnt ihr hier im Prinzip komplett vergessen. Also ich habe es jetzt zumindest mit der Matchroute noch nichts hier herangekriegt. Grundroute ja, Spinroute ja, aber Matchroute... Na ja. So. Ich peile jetzt ganz einfach diesen Brückenpfeiler an. Und haue, wenn ich da direkt angekommen bin, einfach mal K den Anker raus. So. Sodass wir also quasi direkt da zum Stehen kommen. Wir nehmen wieder unsere Grundrouten. Jetzt setzen wir aber das Ganze ein bisschen um. Also Mittel lassen wir, aber nicht den Silikonwurm. Da haue ich jetzt dann mal spaßeshalber einmal die Fischinnereien rein. Ich zeige euch gleich, warum gerade hier. Ups, nee, halt nicht in den, sondern in den roten Halter, bitteschön. Die 2, da machen wir auch den Silikonwurm weg. Da kommt dann jetzt mal so als spaßeshalber, als Kontraprodukt... Na, wir nehmen einfach mal den Blutegel. Habe ich noch gar nicht getestet hier. So, und den setzen wir hier rein. Und als drittes nehmen wir nicht die K fun Routen, wir nehmen die schöne Kitana XBing 30. Mit einer 29 Kilo Rolle. 24 Kilo Karpfenroute. Kann ich vielleicht auch noch ein bisschen besser machen. Weiß ich noch nicht. Ich habe, glaube ich, keine Karpfenroute, keine Karpfenroute, keine Karpfenroute. Nein, habe ich nicht. 9,7er Vorfahrt und Jig 25. Den 25er. Damit habe ich dann vorhin, wie gesagt, mein 32 Kilo Weltziel gefangen. Kann sein, dass das jetzt erstmal ein bisschen dauert. Zur Not schneide ich das Ganze. Die Geschwindigkeit. Ganz wichtig. So komisch das klingen mag, ist standardmäßig eingestellt an 35. Bei mir ist jetzt 35 ist der Standard hier. Stellt den Bittung einen hoch auf, na, 35 auf 36. So komisch das klingen mag, mit 35 beißen der nicht. Mit 36 gelegentlich schon. So, das ist ja ein Jig-Twister, also ein Jigger, der Köder. Da müssen wir dann also ein bisschen jicken. Kann ein bisschen dauern. Tagsüber läuft hier gar nichts. Null. Nada. Nicht mal mit dem Wurm. Habe ich hier schon getestet. Läuft nischt. Nachts habe ich es mal getestet. Sieh an, da geht schon gleich der erste los auf der Zoo. Mit dem Blutegel. Gucken wir mal, was da jetzt kommt. Aale kann man hier auffangen. Habe ich hier vorhin mal gemacht. Einen einzigen. Allerdings, ich habe noch keinen so richtigen Aalspot gefunden hier. Ich bin aber auch noch ehrlich gesagt nicht auf die Aale losgegangen. Ja, das ist so eine Sache, die kommt noch. So, gucken wir mal, was kommt hier. Ich bin wirklich mal gespannt, was da jetzt nachher als Daily rauskommt. Wenn das wieder Barbe ist, so wie die letzten zwei Tage, dann geht das. Oh ja, große Südbarbe. Rating 26. Warum nur 26? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe das ganze System nicht. Aber zwei Sterne. Aber egal. Dass hier mal eine Südbarbe vorkommt, ist ungewöhnlich. Habe ich zumindest hier noch nicht gehabt. Aber ich habe diesen Spot auch erst vorhin, wie gesagt, vor einer halben, dreiviertel Stunde erst gesagt bekommen. Von Olli 69 und von Wolf 82. Deswegen kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Ich will es nur mal erwähnen. Das muss man so zeigen. Hoffe ich mal, dass ich jetzt noch einen Wels kriege. Kann natürlich auch sein, dass die erst vor 22 Uhr hier ingame erst laufen. Kann auch sein, dass die gar nicht so doll laufen, nicht so schnell laufen, nicht so viel laufen. Wir werden dann, wenn es dann... Guck an. Ja, wie gesagt, 30 Kilo Rute, 29 Kilo Rolle, aber 25 Kilo Schnur, relativ ausgelastet. Ich würde sagen, 12 Kilo vielleicht. Und der Wels hier arbeitet hauptsächlich auf dem Stigger. Also ich habe den bisher noch nicht auf der Grundroute gehabt, auf der Fieder nicht. Aber 2, 3 Mal schon kleinere und einen größeren halt auf der Spin Route. Ja, es gibt die 2 auch schon wieder auf dem Blutegel, da ist schon wieder was drauf. Guck an, ein Wels, 6 Kilo, Rating 34, was immer das heißen soll. So, und jetzt mit dem da rein und da hauen wir mal die 2 rein. Also, ich zeige euch das gleich noch eben ganz kurz, warum ich jetzt gerade hier stehe. Hat auch einen ganz einfachen Grund. Nicht nur, dass es hier halt was beißt, logischerweise. Gerade in der Nacht eben. Sondern. Na, den kann ich jetzt eben erstmal nicht machen. Den beantworten die Pipi von Leifel. Wo fängt hier die Wildkarpfen? Eben da hinten, das habe ich ja gerade gemacht. Habe ich euch ja gerade gezeigt. So, und hier wieder eine Südbarbel. Komischerweise hat der gar keinen Rating. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Wie gesagt, das ist alles noch so Testphase. Das ist alles noch nicht. Alles noch nicht so richtig. So, dann ziehen wir den auch mal rein. Dann gucken wir mal, ob da auf der 3 jetzt da was drauf ist. Weil, äh, ne. Glaube ich nicht. Da ist nichts drauf. Deswegen ist das nicht schlimm. Aber hier habt ihr zumindest schon mal die Möglichkeit, hier, wie gesagt, am Brückenfalle was zu machen. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz weiter. Ganz am Anfang, als ich hier angefangen habe, auf dieser, äh, diesen, auf dieser Karte zu arbeiten. Ah ja, siehst du. Stopp, 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 stopp. Warum? Den Punkt hier. Weil hier direkt, wenn ihr hier an diesem Pfeiler steht, dann könnt ihr hier in dieses dunkle Feld reinwerfen. Das ist die tiefste Stelle hier über den Brücken. Und hier sind dann auch die Wälse. Aale, logischerweise. Gelegentlich auch, aber eben nur gelegentlich. Ähm. Ich habe zeitweise mal versucht, hier auf dieser Insel hier zu angeln. Kommt nicht viel mehr rum. Äh. Da habe ich noch nichts Vernünftiges gefunden. Hingegen, wo ich ganz gerne und fast regelmäßig stehe, auch grundsätzlich mit dem Boot hier, das ist weiter draußen. Ja, wir fahren jetzt, also jetzt auf der Karte hier, zwar ungefähr hier in diese Ecke hier, oder diese Ecke da rein, ungefähr da. Die Insel habe ich auch versucht, auch nicht so doll. Hier unten gibt es auch noch ein Steg für ein schön tiefes Gewässer, hier vorne hin. Aber ich ziehe es halt mir vor, hier in diesem Bereich zu angeln. Ne, das man nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, da hin zu kommen. Das ist halt normal, da muss man sich nichts bei denken. Und, äh, ist auch nicht so schlimm. Ne, das sind zwei Minuten Fahrt vielleicht. Ist also verkraftbar. Das Schöne ist, ähm, wenn ihr, äh, hier oben seid, und der, der Cacher voll ist, und dann könnt ihr ganz einfach über die Karte zurück spawnen, das Boot spawnt mit. Ja, egal, ob ihr einen Anker geworfen habt oder nicht. Das Boot kommt mit. Ja, ihr seht da vorne, ähm, den Kutter, das ist der hier, der ist außerhalb der Reichweite, da können wir nicht hin. Hier ungefähr, grob gesagt, da, na, da, ungefähr, werden jetzt gleich Bojen auftauchen. Das markiert die Grenze. Hier ist übrigens rechts der Steg. Da. Und da vorne tauchen jetzt die Bojen auf. Und ich mache das generell so jetzt in letzter Zeit, dass ich mich hier so rechts ran fahre und dann hier vor diesem Boot quasi mich hier seitlich hin platziere, Anker rein. So, und in diese Richtung schmeißen wir jetzt aus. Wir nehmen natürlich jetzt hier keine inneren Sachen hier. Wir nehmen hier die schönen neuen Köder, die es hier auch gibt. Da haben wir einmal hier diese Ne-Rais. Keine Ahnung, was das sind, irgendwelche Wattwürmer. Nehmt es einfach als Wattwürmer auf. So, dann haben wir das da rein mit der Y-Taste dann eben. Ihr müsst immer erst den Routenhalter anvisieren, grob mittig und dann könnt ihr halt den auf die Routen draufsetzen. Blutlegel nehmen wir hier auch raus, das Vorfach bleibt. Wir nehmen den zweiten, nehme ich den Ringelwurm hier mal rein. Und hier kommt man dann, das ist wie gesagt, Dieses Meer angeln, wo dann halt auch schon mal Meeresfische auftauchen. Auch hier nehme ich hier die Spinroute als dritte Route. Ich nehme aber nicht den 25er, sondern den 18er, weil der etwas besser ist, wenn man zum Beispiel jetzt die Möglichkeit haben möchte, Thunfische zu angeln. Thunfisch ist selten, sehr, sehr selten. Ich setze den meistens übrigens auf 40 dann hier ein. Und guck mal, da ist dann auch mediengerecht, na komm, mediengerecht kommt dann auch auf der 2 schon mal was an, auf den Tatzelwurm. Ne, Riegelwurm, so heißt das Ganze hier. Mal gucken, was jetzt hier rankommt. Das ist kein Thunfisch, die beißen nicht auf diese Federrouten. Was hier hinten durchaus mal kommen kann, ihr seht es unten, Shed, Weißbauchflunder, Wolfsbarsch, Pazifischer Kabeljau. Das sind so die Sachen, die man hier fängt. Und die geben ordentlich EP. Gerade so ein Wolfsbarsch, 6 bis 7 Kilo, da habt ihr fast 1000 EP. Gut, in unserem Level braucht man das auch, da können wir nicht mit 2, 3 EP arbeiten. Wieder eine Südbarbe, 1439 EP, Rating plus 31. Ich weiß nicht, ob das der Platz ist, eventuell, dass ich vielleicht am besten Platz jetzt bekommen habe. Wie gesagt, großartig interessierend wird mich das sowieso nicht. Ja, weil das ist nicht meine Welt. Diese Monatsturniere, so wie ich das mal ausdrücken möchte. Auch hier jicken wir mal mit dem 18 Gramm. Ist eher selten, dass man hier einen Thunfisch kriegt. Wie gesagt, der Thunfisch ist ein seltener Fisch. Der höchste Thunfisch, den ich bisher geangelt habe, war knapp über 9 Kilo. Man sieht ihn auch relativ selten im Chat, dass da einer mal aufgetaucht ist. Untermaßige habe ich schon einige gefangen, aber die maßigen, also die grünen, blauen oder sowas, sieht man selten hier. So, da habt ihr zumindest erstmal schon den ersten Eindruck bekommen, wo man was angelt. Ich werde dann bei Gelegenheit nochmal ein bisschen dedizierter drauf eingehen. Das sind so die Spots, die ich bisher gefunden, gesagt bekommen habe. Oh, da haben wir schon mal einen Wolfsbarsch. Oh, das ist ein neues Modell, ja. Das ist neu, das kenne ich so noch nicht. Aber der bringt mal eben 631 EP. Rating 157, keine Ahnung, was das ist. Das ist also hier ein Wolfsbarsch halt. Es kann mal sein, dass hier nichts ist, so wie jetzt gerade eben, dass da gerade wenig los ist. Es kann auch sein, dass man da bestimmt mehr kriegt. So, und das bedeutet für mich jetzt 24,19. Wir haben jetzt langsam die Folge wieder vorbei. Ich werde dann jetzt die nächsten Tage dann sowieso hauptsächlich hier angeln. Und, äh, dann werden wir nachher mal gucken. Wie war das jetzt? Ah, in 6 Minuten, dann kommt die nächste Daily, dann mache ich die nächste Folge. Und dann zeige ich euch mal, wie man den Daily macht. Wenn wir Pech haben, ist es 252 Kilogramm Wels. Ja, dann halt nicht, dann müssen wir mal sehen. Und, äh, wenn es halt dann diese Barben-Geschichte ist, dann machen wir das dann. Ne? 1, 2, wünsche ich euch was. Schönen Tag noch. Und, äh, ja. Wir sehen uns. Haut rein. Und tschüss. Und, äh, ja.